die jahre leute und damit haben jetzt willkommen jetzt einer weiteren folge pvz heute wieder zusammen mit markus rl und der mission der 10er killstree jeder von uns nimmt jetzt einmal seinen zweiter liebsten soms schauen wir werden das ganze noch einmal eine 10er 2 liebsten ja zweitliebsten mit dem ersten liebsten sich sehr schief also wird der zweitliebste genannt was bei mir ist super kommende ist sie wahrscheinlich in den rost daraus denke ich so wenigstens vielleicht für die nirgendwo liegen hat hat er ist ich habe glaube ich mehrere zwei liebsten eine 10er spieke ist schon echt heavy alter scheiß-top-stanz hat mir jetzt nicht gar echt einen Hit gegeben das heißt Mg-Nadel-Katzes und ein Tarn-Kack-T Mg-Nadel-Katzes 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 ich hab glaube ich mehrere zwei liebsten ja und jetzt irgendein von denen die Zeit läuft okay okay das was wir tun Schau noch was ja ich habe meine ersten Kinder und bin tot Scheiß-Tarn-Munition Alter so dann lasst mal die Serie wieder von vorne beginnen würde ich sagen und diesmal gehen wir das ganze gleich gezielter von Anfang an an jetzt holen wir uns den da und haben damit den ersten Kill gesnackt dann gehen wir auf den da und haben damit den zweiten Kill gesnackt dann holen wir uns den Schnapper und kriegen nur eine Vorlage naja der Elektromon ja okay stimmt mit dem kann man nicht geil Serien ja auch eine gute Position hat ja 3er Street auf fucking down das hat sich jetzt der Schnittsaffekt genau ich habe was kann leben ja keine 4er Street 3 ohne hier ist der Ort und schon heil doch ich steh direkt in der hier ist der ich in die halt einfach nicht wohl wo kam die her die wurde er die von unten geworfen und sie ja ist klar hier ist wie gestalt wieder von da ist künft die Hälfte so ein bisschen wohl so also gut kommen lassen wir den Garten klären damit unser Team der irgendwas reißt ich ich stellte nur noch einen Karton für Biede ja ne Einziger hab ich wieder joch ich droh ne der Salus kett wie fixer er war ja ein paar elektrige dinge reinau hier was man jetzt noch nicht hier die ganze zeit ich mach von red und trotzdem sich einfach kein kill noch nicht wort vorne er war alles knapp meister wurde wird ja es ist ich glaube ich habe einen Kill jetzt gemacht beim Spawnrappen einen, ich hoffe einen komm schon wieder ein Maisanschlag der war jetzt voll gut und so ah, die scheiß Drohne so, jetzt gib mal die Time des Elektriker oh, what the fuck, alter heißt Zitrus-Kacktea, alter what the fuck, what the fuck die griffst mich immer noch, alter, obwohl ich hier stehe what der nein, Schnapper ein Kochkäse was? der macht übel damage der Kochkäse 35 oder 40 damage macht der wenn du triffst so, einen von den Orangenkracher-Types habe ich mir gerade geholt zweier fliegt schon wieder also bis 10 ist noch ein Stück, ne? ja, und eine Kartoffelmine und ich laufe rein und auch noch der Typ, den ich gerade weggeholt habe ey, das ist so ein mieses Schicksal aber zumindest werde ich hier vorne wiederbelebt ich komme bei mir direkt an der Frontline die Taste, äh, bei mir, äh, Controller-Taste tun also ich drücken muss, dass die Koppel eins habe ich wieder ja, ein Kill, alter, oh ja, ich habe auch wieder einen hier, ja, 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 doch bei mir aber durch Minen, äh, durch Drohnen immer wieder alter, was, kill? jetzt gehe ich wieder mit dem Scheiß-Kaktus in den Dock, alter halt die wissen, dass ich immer ruhig bin, alter fülle, oh fuck, alter ich habe mich gar mit einer halben gegnerischen Armee angelegt so, 3er-Streak what the fuck, alter 4er-Streak ey, ich... 5er-Streak ich habe die ganze Zeit weg es mal würde zu langweilig 6er-Streak da hinten ist ein Scheiß-MG 7er-Streak jetzt rückzug ich habe zu wenig Life es wäre wieder schade, wenn ich wieder mit so einer Streak draufgehen würde ich gebe dir voller Becker neuner Streak du, du hast gut vorbereitet neuner Streak ich habe schon einen noch nicht jeder bitte nicht jeder ich bin wieder bei neun, alter ja, dann habe ich schon explodiert schon wieder alles normal, alter sterb da hin fuck was gibt mir hier so ein Image und ich bin tot Tarn-Munition vom anderen Ende der Welt gibt ihr mir einen header als ich jo 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 so, damit Leute, was ihr da neuner Streak ja es sieht so aus, als wenn es so weitergeht, bekämen wir vielleicht doch noch den drittliebsten Zombie-Charakter von den beiden so sehen also bisher sieht es ja nicht nach einer Szener-Streak aus, nachdem ich gerade wieder bei einer neuner gekillt wurde von irgendeinem komischen Hackerschuss unglaublich echt unglaublich ich kann wohl noch mit 3er alter, warum lecken das ist so hart, alter das hat doch vorhin auch nicht geleckt jetzt mach zu lecken, du scheiß Game, ey WAS?! jo jo ist klar, alter jo alter was die Tanken sagt dir? was für ne ich schnapper ich setze ein Mikrofon ein was ist? er ist mich er 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 geht einfach weiter, ne unter dem Boden ist mich und dann ist er wo er mich gegessen hat betäubt ich habe wieder ein wieder eine lecker geiler hacker duell ohne scheiß und jetzt ist es war ja jetzt was ich der hacker wahrscheinlich 3er ich bin nur hier hinten lauf ums eck kaum eine vier schuss rein dann war hier das geld damit immer irgendwas abgeballert alter weiß er sich da bitte behindert so auch wieder ordentlichen krach alter oder ja das wäre raus alter kann ich raus solange die jahre ich bin mein schicksal überlassen in der europäische Position ich gehe ja ich kann ja weil er hätte nicht gar nicht nein das ist mein Buch ich pack hier die ganze Zeit rum Markus der alte Kuchenbäcker ich schieb back in der Wand ist als ich habe wieder einen 4er schnappert das tötte mich doch zum schnappern die rakete in sich ja ja danke etwas gutes gemacht diese warte wird sie damit weg bitte nicht kann der zack weil der die damalige feier in sich feier ihn nicht sogar mit engen kraft da 6 das trägt das ist ja ja ich kann ich meine drohne einsetzen dann müssen wir schon das verdammt ich bin nicht weil die garten weg ist schon ja das hat so nicht zu gehen durch die wechseln die kurze züchte nein mann du kannst einfach dich verlegen wegen sie geht doch so wie es bauten wie es bauten ich habe die karten der vierte streaks schon wieder ich kann mich doch jetzt nicht verlegen werdet treuer 2 ne du wirst wiederbelebt einmal also so schluss der lecker er sei heute da es gab nicht mehr spuren alter das lieben wenn wir hier um auf dem dach und hier ist er was und Hecker er kann hier ausmachen die zehner sie gibt endlich hin wenn sie sich zu machen so 8 mal neun das hat viel gekältet ich bin schon wieder bei neun und ich bin schon wieder unter beschuss hier ist zehn barter beim bernberg praktisch hier die däden 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 so alle muss ausgehauen sich dabei hat alle nichts cooles dabei ich habe gefeiert aber naja muss ich mal noch ändern dass ich auf einen klassen coolen muss drauf hat so ein zeichnes schon elf war die ehre halbe armee ist schnapper alter ja das ist eine übel kombi helft der schnapper helfer kaktus das ist verdammt mies und dann noch drei irgendwie erb Sonnenblumen Sonnenblumen haben sie auch noch ein zweit zwei stück haben sie die ist klar ich hab dich gerecht deine Mutter hast du gesehen wie die Rakete in ihr Gesicht geknallt ist trotzdem weiter deine Mutter du hast deine zehn erinnern jetzt auch früher er wird doch nicht muss ich ja nicht ich hab's ja schon er heißt so wir haben jetzt fast jedes mal also die Herren beiden von mir sehen dass sie geschafft neun nein er muss nur eine Nummer wiederholen nein in der ersten Woche hatten wir auch eine 10er Stück geschafft ja das war schon viel Kronenberg Töte mal diese Scheiß so wird so und so Foto hat er hat mich auch weggeholt das ist so eine Hure alter okay aber ich hatte er in Ordnern der 12er Streak das heißt jetzt können wir einfach pushen kann schon ich spawne am besten noch einen Belohnen von mir dann gehe ich auch noch Level ab vielleicht schnapper er in ihr es macht Roland 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 Ok jetzt bin ich auch noch Level Up hier so ein Wachstum noch Copywriter ja, das hat sie an wie das Original ja, ne komm schon, anschieben! Ingenieur ist die ultimative Waffe bei dem Modo ja einfach, oh, Meister am Schlag da gibt es jetzt einen eleganten Rückzug und jetzt muss ich die gegnerische Verteidigung ausschalten solange die da hinten ihre scheiß Sonnenblume mit ihren Solarstrahlen stehen haben heißt unser Team eh nichts oh einfach das Ding rollen lassen, lass's rollen, Leute, rollen, you know rollen, rollen, rollen schnappee schnappee direkt bei Ball hab ich dann jetzt ganz viele Erbsen und Sonnenblumen bei Ball Kaktien und Kaktussen und Kaktussen, Alter ganz viele Kaktussen hier ich schieb mal wieder an, weil ihr alle tot seid oh nein, Solarstrahl ich hab noch 5 Papier, Alter da war der ultimative Solarstrahl, den ich zerbombt hab so, der Schnapper wird auch gefistet über die meisten Anschläge gerückelt also bei PVZ hat sich die Grafiker der schon mal mega bewährt nächste Einstellungen, nächste Auflösung und es läuft perfekt auf 60 FPS und es geht wahrscheinlich noch viel mehr nur Fraps kann nicht mehr weil ich so eingestellt hab, dass er nicht mehr wie 60 macht denn mehr wie 60 bringt uns auch nichts oh, Maisanschlag Jo, schon nach der Quiz wir könnten schon die Drohne weg, Alter ja, das haben wir verloren nein, 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 ich schieb das rein Bitches, da jetzt bin ich tot ich sag doch, ich schieb das da rein aber jetzt verlieren wir es Panzean 2, wie lebt mich? Panzean 2, wie lebt mich? Alter, das ist mega eng ah, die Zeit ist auf Null, ich bin auf Extra-Zeit, Mann ich bin auf Extra-Zeit und da kommt der Maisanschlag ja, komm, ich hatte nicht zu wölf, ey ich glaube, du bist aber der da existiert ist ne ach ja, vielleicht ja, wir waren ja mit so vielen Leuten dran, aber dann kam scheiß Maisanschlag wow, 24.910 Punkte ja, wegen Level Up nochmal 10 drauf aber ich würd sagen, 40 Kills davon ne 15er Kills ne KD von 5,0 und 1455 Münzen in der Minute kann man es so stehen lassen, Leute an der Stelle würd ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal ich hol mir noch ein super Glitzerpackchen für diesen geilen Sieg und damit Servus und Ciao Ciao und damit